Hallo, da bin ich wieder, eure Sabine Blumenthal. Im heutigen Video lernst du die männlichen Geschlechtsorgane näher kennen. Du lernst, wie die einzelnen Geschlechtsorgane richtig bezeichnet werden, wo sie sich in unserem Körper befinden, wie sie aussehen und welche Funktion jedes einzelne Geschlechtsorgan hat. Außerdem werden wir auch etwas zur Hygiene der Geschlechtsorgane erfahren. Was solltest du schon wissen? Es ist hilfreich, wenn du dir schon das Video zur Pubertät angeschaut hast und dich an die primären und sekundären Geschlechtsmerkmale erinnerst. Beginnen wir mit den männlichen Geschlechtsorganen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com Probiere es am besten, wenn du siehst,